Es ist durchaus möglich, dass Sie uns nicht kennen, aber möglicherweise doch, denn Sie finden uns überall im alltäglichen Leben, mit unseren Produkten und unserem Versprechen. Wir sind OMIA, der weltweit führende Produzent von Calciumcarbonat, Experte in Mineralien und Distributeur von Chemiespezialitäten. Eine Firmengruppe, deren primäres Ziel es ist, die Produkte unserer Kunden zu bereichern, mit unübertroffener Kompetenz, über 100-jährige Erfahrung und großer Leidenschaft. Kurz, OMIA schafft Möglichkeiten. Seit der Gründung 1884 in der Schweiz arbeiten wir an Lösungen, die uns heute zu einem Weltmarktführer machen. Mit 8.000 Mitarbeitenden und 175 Standorten in mehr als 50 Ländern. Und unsere Aussichten bleiben vielversprechend. Wir verfügen über Rohstoffvorkommen rund um den Globus. Als inhabergeführtes Unternehmen denken und handeln wir konsequent langfristig. Wir liefern Problemlösungen, wo auch immer unsere Kunden sie benötigen. Die Papier- und Verpackungsbranche nutzt unser Angebot an Pigmenten, mineralischen Füllstoffen und Additiven und verbessert so die Eigenschaften von Papieren und Karton. In der Kunststoffindustrie steigern unsere Füllstoffe und Additive basierend auf natürlichem Calciumcarbonat sowie unsere breite Palette von Spezialchemikalien die Leistungsfähigkeit von Kunststoffprodukten. Unsere Produkte und Expertise ermöglichen es, dass die Produktionsprozesse und Produkteigenschaften unserer Kunden erheblich verbessert werden. Sie finden uns auch in den Produkten der Bauindustrie. Hier liefern unsere mineralischen Pigmente und Füllstoffe sowie unsere Spezialchemikalien signifikante Beiträge zur Qualität von Farben, Lacken, Kleb- und Dichtmassen. Für Konsumgüter wie Kosmetika und Lebensmittel sowie für Pharmazeutika liefern wir natürliche und funktionale Inhaltsstoffe. Zum Beispiel für die Calciumergänzung von Cerealien und Vitaminpräparaten. Unsere Produkte und unser Know-how sind aus vielen Produkten der täglichen Körperpflege wie Shampoos oder Zahnpasten nicht mehr wegzudenken. Auch in der Landwirtschaft, wo unsere Agrarwissenschaftler mithilfe unserer breiten Produktpalette für höhere Agrarerträge sorgen. Darüber hinaus konzipieren wir hochwertige Lösungen für die Rauchgasentschwefelung oder Trinkwasseraufbereitung. Vervollständigt wird unser Angebot durch den Vertrieb einer umfassenden Palette von Spezialchemikalien führender Hersteller. Ein breites Portfolio von Mineralien und Spezialchemikalien, das von unseren Experten kundenorientiert gepflegt wird, macht uns zu einem leistungsstarken Lösungsanbieter auf technisch höchstem Niveau. Unsere Forscher und Entwickler, Anwendungstechniker und Vertriebsingenieure werden ergänzt durch hochmoderne Prozestechnologie, intelligente Lieferketten und vernetzte Logistiksysteme. Aber es ist nicht nur was wir machen, sondern auch wie. Wir erarbeiten für jeden Markt individuelle Branchenlösungen gemeinsam mit unseren Kunden. Mit Leidenschaft für höchste Qualität. Unsere Prioritäten sind eindeutig. Langfristige Kundenbeziehungen stehen über kurzfristigen Ergebnissen. Wir übernehmen Verantwortung für das Wohlergehen von Natur und Gesellschaft. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir unterstützen wirtschaftliches Wachstum, ökologisches Gleichgewicht und sozialen Fortschritt. Das sind unsere Ziele von heute, die den Erfolg von morgen sichern. Also, es ist durchaus möglich, dass Sie uns nicht kannten. Aber wahrscheinlich eben doch. Denn Sie finden uns überall im alltäglichen Leben. Mit Lösungen, welche die Produkte unserer Kunden verbessern. Versprochen. Tschüss. Tschüss.